ganz herzlich willkommen in unsere live-show ich dachte da kommt noch ein tamtam von oben ja ich auch aber das mache ich jetzt tamtam ich begrüße sie ganz ganz herzlich lang haben wir wirklich inzwischen darauf gewartet auf die neue frühe sommerkollektion und da ist die pam pam und vieles mehr es war tatsächlich meine damen einer der erfolgreichsten vorverkaufserien aller zeiten das heißt schnell sein schneewittchen natürlich habe ich auch an meiner seite auch die zauber diese doppelstunde und natürlich gibt es in beiden stunden neuigkeiten und zwar nur neues nur neues engel erst mal ein von herzen kommendes welcome back gesamten team von channel 21 wir freuen uns so sehr dass du wieder zurück bis den dschungel hast du mit bravour gemeistert du warst ja auch am freitag bei meinem moment hast ausführlich darüber berichtet das war übrigens eine ganz tolle und jetzt ist aber die show in die show überhaupt wir haben ganz ganz lange drauf gewartet du hast ja ein super super schönes motto auch für die neue kollektion gewählt wenn you romance es wird alles so ein bisschen romantischer lassen sie ja total die auch so niedlich das sind auch schöne teile es kommt jeden monat natürlich immer noch mal ein add-on was neues mit dazu auch diese sommerröcke mit bestickten da werde ich auch von meinen vielen neuen followern auch schon gefragt sagen wann kommt der rock und kommt dies wann kommt das guckt einfach immer mal ich werde es aber auch immer dann jeden monat hochschubsen was neu ist aber räubert uns da nicht im vorfeld schon so sehr aus wie dieses mal sollen wir mit einer kleinen noch nicht alles bestellen auf jeden fall kommen wir haben wir heute ein angebot des tages für euch wir haben natürlich auch so viele premieren heute gerade in stunde 1 gibt es nur premieren und damit starten wir tatsächlich das habe ich mir ja auch geschnappt das ist ein halbarm pullover den sie jetzt schon in der pre-sale phase sozusagen bestellen konnten einige damen haben den schon zu hause wenn sie verpasst haben sollten das ist jetzt ihre chance und wenn ich dahin fasse liebe sagt ganz toll 59 99 haben jetzt schon randvolle leidung ein gelesen auch das hier der hammer das ist das schöne tanktöpfchen also wenn sie jetzt auch zur mandelblüte schon unterwegs sind dann in den tagen oder wochen oder gar um 30 99 ist das möchte ich aber bitte leid ich glaube ich glaube aus ich weiß dass es dir denn hier wird zeigt die mir mehr premieren wirklich aus der regie wir sind der vorschau ich weiß also das heißt aber aber auch für sie liebe damen wenn sie das jetzt anders sagen genau das will ich jetzt für früher wenn es einen blauen himmel hat ja sagt noch kannst du irgendwie ein polo welchen darunter ziehen schau mal das ist eine baum